Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein absoluter Klassiker unter den Zeichentrick-Märchenfilm. Und einer der Disney-Filme, der wie so viele andere demnächst eine Neuverfilmung bekommen soll. Und die ist schon seit einiger Zeit ordentlich in der Kritik. Das Problem, Disney hat jetzt versucht, auf diese Kritik einzugehen und hat es noch schlimmer gemacht. Was ist passiert? Im Juli diesen Jahres sind die ersten Fotos zu Dreharbeiten des neuen Schneewittchenfilms aufgetaucht. Klar wurde, die sieben Zwerge aus dem Original-Märchen wurden ersetzt durch sieben magische Wesen, aka hauptsächlich normal großgewachsene Menschen. Das gab unter einigen kleinwüchsigen Menschen im Netz einen riesigen Aufschrei. Der Vorwurf lautete in etwa, wir als kleinwüchsige Menschen sind in der Filmbranche total unterrepräsentiert und jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, dass gleich sieben kleinwüchsige Menschen für einen Millionen-Blockbuster gecastet werden könnten, als Zwerge. Und man entscheidet sich dagegen, ziemlich diskriminierend. Ja, das klingt ja erstmal schlüssig und da würde ich so zustimmen, wenn ich das von einer kleinwüchsigen Person hören würde. Wieso also kam Disney auf die Idee, das überhaupt so komisch zu casten? Naja, sagen wir mal so, Disney wollte vermutlich politisch korrekt sein. Denn das alles geht auf eine Sache von vor fast zwei Jahren zurück. Vielleicht kennt ihr den Schauspieler Peter Dinklage, bekannt unter anderem aus Game of Thrones. Er sagte im Januar 2022, als Disney gerade verkündet hatte, dass sie Rachel Siegler, eine Latina für das Schneewittchen gecastet haben, in einem Podcast folgendes. Ihr seid in einer Hinsicht fortschrittlich, aber macht noch immer diese verdammte rückständige Geschichte über sieben Zwerge, die zusammen in einer Höhle leben. Was zur Hölle macht ihr da? Habe ich nichts getan, um die Sache von meiner Plattform aus voranzubringen? Ich schätze, ich bin nicht laut genug. Und weil dieses Statement damals im Drama-Internet und auf Twitter natürlich voll die Wellen schlug, hat Disney eine Art Antwort-Statement gemacht und sich wie folgt geäußert. Um zu vermeiden, dass wir Stereotype des ursprünglichen Trickfilms wiederholen, werden wir bei diesen sieben Figuren einen anderen Ansatz wählen und uns auch Rat von Mitgliedern der kleinwüchsigen Community holen. Tja, was sie damals, vor zwei Jahren, nicht bedacht hatten, nur weil ein doch sehr wohlhabender Schauspieler und ein Teil des Internets das so sehen, muss das nicht bedeuten, dass alle das so sehen. Das habe ich euch ja am Anfang gezeigt, also ganz viele kleinwüchsige Menschen schreien jetzt auf und beschweren sich jetzt, wie das mit den magischen Wesen gelöst wurde und sagen eben, dass ihnen da eine riesige Chance der Repräsentation entzogen wurde. Aber wer hat denn jetzt recht? Also stimmt es, dass Schneewittchen, wie Peter Dinklage sagt, eine rückständige Geschichte über sieben Zwerge oder gar Kleinwüchsige ist, die in einer Höhle leben? Oder stimmt es, dass Schneewittchen eine Geschichte ist, die kleinwüchsige Menschen auf positive Weise repräsentiert? Surprise, surprise, alle liegen falsch. Schneewittchen ist kein Märchen, das sich über Menschen mit Kleinwuchs, wie wir sie heute ganz normal kennen, lustig macht, oder auch nur ansatzweise irgendwas damit zu tun hat. Das Originalmärchen ist schon über 200 Jahre alt. Eine der geläufigsten Theorien der Entstehung ist, dass das echte Schneewittchen Margareta von Waldeck, geboren 1533, aus der Nähe von Kassel, also Deutschland, gewesen sein soll. Laut Berichten war dieses Mädchen nämlich außergewöhnlich schön. Ihre Mutter starb, als sie erst vier Jahre alt war. Fortan wurde sie von einer strengen Stiefmutter, Katharina von Hatzfeld, aufgezogen. Mit 16 sollte sie in Brüssel verheiratet werden. Allerdings gab es Komplikationen, da sich mehrere hochrangige Männer um ihre Hand bemühten. Während ihrer Lebzeit reiste Margareta unter anderem über das Siebengebirge zum Rhein. Und im Alter von nur 21 Jahren starb sie, laut Vermerken aus der damaligen Zeit, an einer Vergiftung. Klingelt da was? Aber woher kommen jetzt diese Zwerge? Naja, das ist eine eher tragische Geschichte. Südlich von Waldeck, wo Margareta herkam, da liegt das Kupferbergwerksdorf Bergfreiheit. Und aus Lohnabrechnungen von damals weiß man, dass in diesem Bergwerk auch Kinder eingesetzt wurden. Denn die Gänge in Bergwerken sind klein und früher gab es jetzt nicht unbedingt die fortschrittlichsten Kinderarbeitsgesetze. Und unter anderem durch das fehlende Sonnenlicht und die harte Arbeit in einem Bergwerk wuchsen diese Kinder nicht richtig. Bekamen Deformierungen oder für die damalige Zeit komische Erscheinungsbilder durch zum Beispiel auch so Dinge wie Arbeitsunfälle. Wenn man jetzt auf das Disney-Märchen von 1937 schaut, dann hat man hier, wie in ganz vielen Märchenfassungen davor, für die Erzählung das Fabelwesen Zwerg gewählt. Denn ich sag mal so, deformierte und in Bergwerken misshandelte Kinder, na, das hätte eventuell den Erfolg des Filmes ein klein wenig geschmälert. Zwerge, das sind genauso wie Kobolde oder Riesen oder Feen Fabelwesen, die es in etlichen Kulturen gab. Und das geht auch auf die unterschiedlichsten Dinge zurück, alleine darüber könnte man sie im Doktorarbeiten schreiben. Und somit liegen Peter Dinklage und Disney eigentlich beide falsch. Wenn du eine Geschichte mit freundlichen Fabelwesen machst, die in einem Bergwerk arbeiten und übrigens auch nicht in der Höhle wohnen, um da Peter Dinklage zu korrigieren, sondern in einem ganz normalen Haus, dann werden da keine Stereotype über kleinwüchsige Menschen etabliert oder geschaffen. Es ist also, würde ich behaupten, Interpretations- und Geschmackssache, ob man kleinwüchsige Menschen die Fabelwesen Zwerge spielen lassen sollte. Einige sind dieser Assoziation überdrüssig und empfinden sie sogar als diskriminierend, weil man kleinwüchsige Menschen früher eben auch teilweise abwertend als Zwerge bezeichnet hat. Andere finden diese Assoziation aber völlig in Ordnung, überhaupt nicht diskriminierend und ja, teilweise auch magisch und irgendwie cool. Es gibt ja diese Idee, die oft von politisch korrekten Menschen angebracht wird, dass man Betroffene fragen sollte. Das Problem ist aber, und das sehen wir hier an diesem Fall ganz schön, dass Betroffene oder gerade Betroffene ganz unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben. Generell, muss ich an dieser Stelle mal anmerken, finde ich dieses Betroffene-Fragen generell an vielen Stellen natürlich total angebracht und auch wichtig. Aber es spricht gerade bei so großen Themen den Betroffenen auch irgendwie so ein bisschen das Recht auf eigene Meinung und individuelle Gedanken ab, oder? Ich meine, ist es nicht super pauschalisierend und dementsprechend fast schon wieder diskriminierend zu sagen, ah ja, also Peter Dinklage, der findet die Geschichte von Schneewittchen und den sieben Zwergen doof, Peter Dinklage ist ein kleinwüchsiger Mann, ja, dann finden das doch bestimmt alle Kleinwüchsigen doof, die denken doch da bestimmt alle gleich. So, als ob das nicht genauso einfach ganz normale Menschen wären, die zu unterschiedlichen Themen unterschiedliche Ansichten haben. Naja, wofür hat sich Disney denn jetzt entschieden, wo nochmal Backlash von der anderen Seite kam, wie ich euch ja am Anfang erzählt habe, jetzt wo die sieben magischen Wesen vorgestellt wurden? Surprise, surprise, sie sind wieder zurückgerudert und haben sich wieder für was Neues entschieden. Jetzt gibt es nämlich keine magischen Wesen mehr, es gibt wieder sieben Zwerge. Allerdings sind die computeranimiert. Also das heißt, so interpretiere ich persönlich das, Disney zeigt jetzt Peter Dinklage, der die Geschichte von den Zwergen an sich, ja, super rückständig findet, ganz dick den Mittelfinger. Und Disney zeigt aber auch den kleinwüchsigen Menschen, die sich beschwert haben und diese Rollen gerne gehabt hätten, ganz dick den Mittelfinger. Also wie kann man wirklich so ein Fähnchen im Wind sein und gleichzeitig so reinscheißen? Ich weiß es nicht. Aber das bringt mich zum Oberthema des heutigen Videos. Political Correctness und die Filmindustrie. Bevor wir dazu kommen, kommen wir aber noch ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos. Denn was braucht man zum Filme gucken? Richtig süßwaren und Knabberzeug. Es geht heute nämlich um Motatoes. Motatoes rettet Lebensmittel, die es aus Gründen wie Überproduktion, Saisonalität, Verpackungsfehlern oder verkürztem Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr in den Supermarkt schaffen. Was, ja, sind wir mal ehrlich, gerade bei Konserven, bei trockenen Sachen, die man im Vorratsschrank lagert oder Süßwaren, vollkommen egal ist. Das Geile ist, deswegen kann Motatoes trotz Inflation deutlich günstiger sein und Produkte mit bis zu 80% Rabatt online weiterverkaufen. Ich finde es persönlich super bei veganen Sachen. Also gerade Haferdrinks sind ja aufgrund von auch teilweise politischen Entscheidungen im Vergleich zur Milch doch sehr teuer. Und so habe ich mir einfach mal eine komplette Palette auf Voraus bestellt bei Motatoes und direkt mal fast 8 Euro gespart. Und auch ansonsten gibt es bei Motatoes viele Möglichkeiten, den Vorratsschrank mit Nudeln, mit Getränken etc. zu füllen. Schaut also gerne mal über den Link in meiner Beschreibung vorbei und mit meinem Code 15ALICIA erhaltet ihr zusätzlich nochmal 15% Rabatt auf eure Bestellung. Zurück zum Thema. Ich glaube, ich muss euch nicht erzählen, dass es in den letzten Jahren vermehrt eine Diskussion über vermeintliche Political Correctness in der Filmindustrie gibt. Also große Konzerne wie Disney, Netflix oder Amazon achten vermehrt darauf, dass ihre Produktionen, Serien oder Filme möglichst divers besetzt sind. Sprich, wenn man einen Cast von 30 Menschen hat, dann schaut man, dass da auch genügend Frauen bei sind. Genügend Menschen unterschiedlicher ethnischer Herkünfte, sexueller Orientierungen oder auch Menschen mit Behinderung. Das an sich wirkt ja erstmal wie eine noble Geste. Also ich bin auch total dafür, dass wir in den Medien, ja wie soll ich sagen, zumindest die Realität abbilden. Also es gibt nun mal all diese unterschiedlichen Menschen auf unserem Planeten und es wäre ja doof, wenn die Filmindustrie das nicht spiegeln würde. Was an dieser Political Correctness aber häufig kritisiert wird, ist, dass dieses Abbilden von verschiedenen Menschengruppen nicht auf eine organische Art und Weise passiert, sondern regelrecht mit Quoten, die bestimmte Merkmale betreffen, durchgedrückt wird. Egal, ob es jetzt für den Film passt oder nicht. Hier ein Beispiel. Comedian Felix Lobrecht wollte die Filmrechte an seinem Buch Sonne und Beton, das zu großen Teilen in Berliner Brennpunktbezirken spielt, ursprünglich auch Netflix anbieten. Und laut seinen Angaben ist dann das folgende passiert. Und Netflix meinte so, ey, wir würden das gerne machen, wir müssten nur so ein paar Sachen irgendwie ändern. So es wäre zum Beispiel sehr, sehr wichtig, dass ein paar mehr von den Kriminellen irgendwie, also die in dem Buch, in dem Film vorkommen, dass ein paar mehr davon Deutsche wären. So, also die wollten so, die wollten Neukölln politisch korrekt machen. Weißt du, was ich meinte? Also die wollten so, einfach so meine Jugend irgendwie so machen, dass es so in ihren politischen Filmen so reinpasst. Und dann, und das denke ich mir nicht aus, Tommy, bei der Szene am Anfang, wo Lukas und seine Freunde im Park irgendwie Gras kaufen wollen und an dieser Araba-Gang vorbeikommen und sich da mit den Streitern auf die Schnauze kriegen. Netflix meinte, ey, das habe ich mir nicht ausgedacht. Netflix meinte, ey, wäre es nicht geil, wenn diese Drogendealer da am Park am Anfang, wenn es nicht so arabische Jungs wären, sondern wenn es so eine deutsche, lesbische Mädchengang wäre? Und das haben die ernst. Also das ist nicht ausgedacht. Was hier für Außenstehende sehr absurd klingt, ist in der Realität aber gar nicht so absurd. Also die Amazon Studios beispielsweise halten sich an ein sogenanntes Inclusion-Playbook, in welchem unter anderem geraten wird, beim Casting besonders auf die Hautfarbe der Schauspieler zu achten, um dabei zum Beispiel zu vermeiden, dass die Bösewichte einer Story hauptsächlich schwarz sind. Weil Schwarze eben nicht so viel als Bösewichte dargestellt werden sollten. Und ja, ich verstehe die Idee dahinter. Es gibt mir aber trotzdem sehr ungute Vibes. Also wenn ihr dieses gesamte Playbook durchlest, dann versteht ihr vielleicht eher, was ich meine. Hier wird sich halt unter anderem extrem auf Ethnizität fokussiert. Im Sinne von, ja, also wenn du ein Inder-Cast ist, dann darf der auch nur ein Inder spielen. Wenn er einen Pakistani spielen soll, dann nur, wenn es eine kleinere, unwichtige Rolle ist. Aber wenn ein Charakter einen bestimmten ethnischen Background hat, dann muss der Schauspieler exakt den gleichen Background haben. Und ich weiß nicht warum, aber für mich wirkt das. Auch wenn es natürlich das Gegenteil sein will, das ist mir klar. Ja, trotzdem auf eine Art und Weise so ein bisschen slightly rassistisch. Denn schauen wir uns doch mal die Realität an. Wir wollen doch, dass verschiedene Kulturen, verschiedene Ethnizitäten zusammen miteinander leben und sich verstehen, sich gegenseitig inspirieren und auch, ja, vermischen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Person, deren Vater halb indisch und halb malayisch ist und deren Mutter halb türkisch, halb italienisch. Muss die jetzt in ein bestimmtes Rassenprofil eingeklustert werden, damit man in Zukunft überhaupt weiß, wen die noch spielen darf? Das ist doch das Gegenteil von Inklusion und Diversität. Auch so ein Thema, was oft diskutiert wird. Transpersonen sollten doch bitte auch von Transpersonen gespielt werden. Was natürlich für mich auch erstmal Sinn macht und was ich total begrüße. Da gab es aber auch eine riesige Diskussion um einen Film mit Felicity Huffman, wo das eben nicht passiert ist. Aber die Frage, die man natürlich hier auch mal auf der Meta-Ebene stellen könnte, okay, wenn jetzt Transpersonen nur noch von Transpersonen gespielt werden dürfen, dürfen dann auch Cis-Frauen nur noch von Cis-Frauen gespielt werden. Das wäre ja zum Beispiel ganz doof für Transfrauen. Und wo führt das hin? Also in diesem Playbook wird sich jetzt nur auf Geschlecht, Sexualität, Ethnizität und Hautfarbe fokussiert. Aber was ist zum Beispiel mit, ja, keine Ahnung, depressiven Menschen in einem Film? Dürfen die nur von Menschen gespielt werden, die auch schon eine echte Depression hatten? Weil eine Depression ist ja auch eine Sache, die man sich jetzt nicht aussucht. Also wenn ich mich da so ein bisschen rausziehe und eine Überlegung tätige, dann ist meiner Ansicht nach die Kunst am Schauspiel ja genau das Gegenteil. Und natürlich, nur um das nochmal zu betonen und vielleicht auch an einem Beispiel zu demonstrieren, natürlich ist mir klar, dass wenn man jetzt ein Biopic über Obama macht, dass man dann nicht Tom Cruise besetzt. Aber es sollte doch einen gewissen Spielraum geben, was Ethnizität, sexuelle Orientierung etc. angeht. Muss man jetzt für Obama einen heterosexuellen, männlichen Schauspieler finden, dessen Vater Kenianer war und dessen Mutter irische und deutsche Wurzeln hat? Oder kann man vielleicht auch einfach einen Mann nehmen, der Obama brutal ähnlich sieht, aber, keine Ahnung, nigerianische Wurzeln in der Familie hat, zusätzlich vielleicht noch homosexuell ist und vielleicht auch einfach ein Transmann, I don't know, aber eben brutal gut schauspielert. Weil das eigentlich beim Schauspielern ja komplett egal sein sollte, was diese Person privat macht, solange sie die Rolle gut rüberbringt. Und deswegen, ganz kurz an die ganzen Wutbürger, die sich vielleicht schon über dieses Videothema hier freuen, ist es mir persönlich auch komplett egal, wenn ein ursprünglich mal deutsches Schnüttchen von einer Latina-Schauspielerin gespielt wird. Oder wenn eine aus dem dänischen Märchen stammende Meerjungfrau von einer schwarzen Person gespielt wird. Das ist nämlich logisch stringent, wenn man jetzt mal eine Argumentation anguckt. Ich finde, die passen toll in die Rollen, man sollte sich nicht so hart auf Ethnizität fokussieren. Und das war's. Es ist mir scheißegal. Wobei, es ist mir nicht komplett scheißegal, weil mir Disneys Intention, die ich dahinter vermute, nicht gefällt. Und dazu kommen wir jetzt. Wenn Wokewashing nach hinten losgeht. Ich persönlich denke, dass Disney und andere Konzerne in den letzten Jahren ganz bewusstes Wokewashing betreiben. Das heißt, sie versuchen, Filme sehr divers nach äußeren Merkmalen zu besetzen, um eben in der Öffentlichkeit als fortschrittlicher, woker Konzern dazustehen. Im Hintergrund, das, was man auf den ersten Blick nicht sieht, stehen sie aber, ja, für mich persönlich quasi für das Gegenteil. Ich sag nur Sweatshops in China, grausame Arbeitsbedingungen in den Parks, Lohndumping und, und, und. Aber dazu später nochmal mehr. Jetzt könnte man ja behaupten, ähm, ja, schön und gut, aber ist doch egal, aus welchen Intentionen diese Konzerne das machen. Hauptsache, die Filmbranche wird diverser. Naja, nicht ganz. Denn ich behaupte, und das ist erstmal nur eine These, durch die Art, wie einige Filmkonzerne das machen, schaden sie am Ende der Inklusion und Diversität. Es gibt nämlich zwei Besetzungsstrategien für mehr Diversität, die ich ausgemacht habe, die immer wieder nach hinten losgehen und trotzdem immer wieder forciert werden. Sei es aus Unwissenheit, aus fehlender Reflexion oder aus bösen Absichten, ich weiß es wirklich nicht. Aber es wirkt auf mich fast schon zynisch von diesen großen Filmkonzernen. Ich erkläre euch jetzt diese zwei Besetzungsstrategien anhand einiger Beispiele und erkläre aber auch, wie man es besser macht. Erstens, Umbesetzung bereits etablierter Rollen. Wir erleben in den letzten Jahren sehr häufig das Phänomen, dass bereits etablierte Rollen durch diversere Charaktere ersetzt werden. Das kann sowas sein wie, dass Ariel jetzt schwarz ist, dass die Ghostbusters jetzt Frauen sind oder dass Robin Hood jetzt eine schwarze Frau ist. Nochmal, mir persönlich ist das egal. Ich habe eben schon gesagt, ich bin diesbezüglich eigentlich super liberal eingestellt. Aber es ist logisch nicht stringent. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, das muss ich hier zugeben, ob sich Disney auch an so eine Art Inclusion-Playbook hält. Da sind die nicht so transparent. Aber gehen wir jetzt mal für das Beispiel davon aus, es wäre so. Man kann nicht zum einen darauf bestehen, dass Rollen mit gewissen Ethnizitäten von den gleichen Ethnizitäten gespielt werden. Dann aber ein deutsches Volksmärchen nehmen und nach hunderten Jahren eine Latina besetzen. Also man muss sich schon für eins entscheiden. Entweder man macht es so wie ich und sagt, ey, es ist scheißegal, welche Ethnizität jemand hat, solange er gut in die Rolle passt, dann machen wir das so. Oder man sagt, es ist eben wichtig, Ethnizitäten gleichzulassen, dann muss das aber auch für alle gelten. Wenn man das nämlich nicht konsequent durchführt, dann ist es keine Logik mehr, dann ist es Ideologie. Und egal, wie ihr jetzt dazu steht, aber es ist doch eigentlich offensichtlich, und ich hoffe, das versteht ihr, natürlich verärgert man zum Beispiel einen Teil der rothaarigen Community, wenn ihnen auf einmal die einzige rothaarige Disney-Prinzessin genommen wird, in dicken Anführungszeichen. Und so spielt man, ob man es will oder nicht, also egal, ob man das jetzt für egal und progressiv hält oder auch nicht, zwangsläufig Menschengruppen gegeneinander aus, wenn man eben etablierte und geliebte Rollen ersetzt. Also stellt euch mal vor, Disneys Küss den Frosch würde jetzt eine Realverfilmung bekommen, und da würde man statt einer schwarzen Schauspielerin eine, ja, eben weiße, rothaarige Person besetzen. Zum einen würde ich behaupten, dass Disney das so rum vermutlich nicht machen würde, aber wenn sie es täten, dann wäre der Aufschrei ja auch riesig. Die Lösung sollte also meines Erachtens sein, wenn man eine gewisse ethnische Gruppe, eine Sexualität und so weiter mehr repräsentieren will, neue Märchen, neue Geschichten und neue Filme zu schaffen. Und das funktioniert und das wird auch ganz viel gemacht. Also es ist jetzt nicht so, als ob das irgendwie nicht geht oder kein Geld einbringt. Im Gegenteil. Ich habe vor ein paar Tagen Black Panther geguckt. Wie genial, aber auch finanziell erfolgreich war dieser Film? Und da hat sich auch niemand beschwert, dass alle Charaktere oder der Großteil der Charaktere schwarz ist. Wieso auch? Also es wird ja niemandem überhaupt irgendwo was weggenommen. Es wird ja einfach nur ganz viel dazugegeben. Es wird bereichert. Moana, auch geniales Beispiel, ein ultra erfolgreicher Film, der in Polynesien spielt. Mulan, ultra erfolgreicher Zeichentrickfilm, der in China spielt. Und auch wenn man sich jetzt nicht auf gewisse kulturelle Sachen fokussiert und einfach nur einen gemischten Cast hat, ich denke da zum Beispiel an Brooklyn Nine-Nine, super divers besetzt, riesenerfolg die Serie. Oder auch Glee habe ich damals geliebt. Da werden sogar Themen wie Homosexualität, Querschnittslähmung, Stottern ganz explizit thematisiert. Auch ein riesen Erfolg mit einem sehr divers besetzten Cast. Und ich könnte jetzt noch stundenlang weitermachen und euch noch ganz viele Beispiele aufzählen. Wenn ihr vielleicht noch gute Beispiele habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Man muss also nicht alte Rollen neu besetzen. Und ich finde übrigens auch, damit macht man sich sehr, sehr einfach. Und dann halt auch Menschengruppen eventuell gegeneinander ausspielen. Das ist meines Erachtens, ja, ich finde das schon fast boshaft. Man kann auch einfach geile neue Geschichten erzählen. Und man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden. Man kann diese neuen Geschichten, ja, an alte Geschichten anlehnen. Alles schön und gut. Und wenn man das dann geschafft hat, was ja auch viele Filmkonzerne schaffen, auch diese großen in Teilen schaffen, dann gibt es noch eine zweite zynische Besetzungsstrategie, wie ich finde. Diverse Besetzung neuer Rollen ohne Charakter. Wir erleben in den letzten Jahren auch sehr häufig das Phänomen, dass zwar neue Rollen für mehr Diversität geschaffen werden, wie ich ja eben vorgeschlagen habe, diese aber einfach grottenschlecht geschrieben sind und deshalb den Zorn der Zuschauer auf sich ziehen. Da wäre zum Beispiel Rey, die als weibliche Protagonistin ins Star Wars Franchise eingeführt wurde. Während Luke und Anakin Skywalker beide eine sehr interessante Heldenreise durchlebten, oft an Dingen scheiterten und auch mal Fehlentscheidungen trafen, kann sie von Anfang an noch als, ja, quasi Jungspund gefühlt alles besser als jeder andere Charakter. Egal ob es fliegen, präzise schießen oder mit Lichtschwertern kämpfen ist. Und natürlich hassen Zuschauer solch perfekt geschriebene, alles besser könnte Mary Seuss. Das ist nämlich tatsächlich der Fachbegriff für diese Art von Charaktere, die, ja, alles gefühlt besser können, perfekt sind und Aufgaben erheblich leichter bewältigen als andere Charaktere, die vielleicht sogar, ja, eine Ausbildung haben über lange Zeit oder viel Erfahrung und diese Charaktere können dann auf einmal alles besser. Kann man übrigens auch für Männer nutzen, dieses Wort. Gibt es auch einige in der Filmgeschichte. Naja, weitere Beispiele aus der näheren Vergangenheit, wo eben Frauen so oder so ähnlich geschrieben wurden, wären für mich persönlich zum Beispiel Galadriel aus der Ringe der Macht Serie, Mulan aus dem Realverfilmungs-Remake oder Captain Marvel aus dem gleichnamigen Film. Und ja, wo ist jetzt hier das Problem? Jetzt könnte man ja auch sagen, ja, ist doch komplett wurscht. Aber ich habe das Gefühl, dass Filmstudios, gerade wenn sie Frauenrollen schreiben, es eben irgendwie gut meinen und darauf achten wollen, dass die eben unbedingt mit den Männern mithalten können. Was ja auch erstmal ein nobler Gedanke ist. Aber deshalb wird oft vermieden, diesen Frauen überhaupt schlechte Eigenschaften oder Fehler zu geben. Und das macht die dann eben zu solchen Unsympathen. Dabei ist in der Realität und im Leben und in unserer Welt ja eigentlich genau das, das, was einer Rolle oder einem Charakter Tiefe und Charakter gibt und den am Ende zu einer Ikone macht. Also keiner mag glattgeschliffene, perfekte Superhelden, sondern es ist ja das Krasse an der Story, wenn jemand wächst. Die Lösung sollte also meines Erachtens sein, Frauenrollen zu schreiben, die realistischer sind, ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber die eine Heldenreise durchleben, hart trainieren, vielleicht einen Mentor oder eine Mentorin haben, die besser sind als sie. Die Frauenrollen, die auch mal vielleicht einen Fehler machen, Rückschläge erleiden und aber gerade deshalb, eben weil sie das alles erleben und das sie stark macht, am Ende zu diesen krassen Powerfrauen oder Kampfmaschinen oder whatever werden. Wenn man diese coolen Storys den Männern gibt, dann muss man die bitte auch den Frauen geben und die Frauen nicht irgendwie so wie so eine flache Person darstellen, die auf einmal alles besser kann. Auch dafür gibt es positive und sehr erfolgreiche Beispiele in der Filmgeschichte. Beatrix Kiddo, die Protagonistin aus Kill Bill zum Beispiel, der Inbegriff einer Heldenreise. Dr. Louise Banks aus Arrival. Alan Ripley aus Alien. Katniss Everdeen aus Die Tribute von Panem. In den Büchern übrigens noch mehr als in den Filmen. Oder aber auch Anna und Elsa aus Frozen. Ganz schnell zum erfolgreichsten Animationsfilm aller Zeiten geworden. Ja, warum? Weil man hier zwei starke Frauen in der Hauptrolle hat, die auch mal scheitern, auch Fehler machen, die aber keinen Prinz brauchen und am Ende, ja, durch Geschwister, Liebe und Zusammenhalt zu ihrem Ziel kommen. Und euch fallen auch bestimmt hier wieder noch mehr coole Beispiele ein. Das sind alles ganz, ganz tolle Beispiele für charakterstarke Frauenrollen, die eben gerade deshalb so geliebt und gefeiert werden, weil sie echte Helden sind. Und meines Erachtens bringt das Frauen in der Gesellschaft auch mehr als, ja, flachgeschriebene Charaktere, die dann irgendwie noch den Zorn auf sich ziehen. Vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich hoffe, dass, ja, große Filmkonzerne diese beiden Besetzungsstrategien in Zukunft eben vermeiden, weil sie damit den Menschengruppen, die sie eigentlich besser repräsentieren wollen, einfach einen Bärendienst erweisen. Und somit, ja, fast schon wieder, und das ist nur eine Meinung von mir, aber meiner Ansicht nach, gerade als Frau, irgendwie sexistisch und diskriminierend sind, obwohl sie ja ursprünglich das Gegenteil sein wollten. Das Gute ist aber, und das sei nebenbei gesagt, dass das eigentlich alles schnulzpiepegal ist. Denn egal, ob ihr Disney jetzt zum Beispiel für seine vermeintliche Political Correctness liebt oder verabscheut, ihr alle hättet einen Grund, Disney zu kritisieren. Das wahre Problem hinter Disney. Mein YouTube-Kollege Imp hat zu diesem Thema ein sehr ausführliches und sauinteressantes Video gemacht. Und weil er sich in diesem Video beschwert, dass, ja, diese Seite irgendwie nur sehr selten von Menschen mit großer Reichweite oder großen Plattformen beleuchtet wird, reise ich das Thema hier auch nochmal ganz kurz an. Aber alle Credits aus diesem Part gehen an ihn. Schaut euch auch unbedingt noch sein ganzes Video an, wenn euch das tiefer interessiert. Es ist auch sehr lustig und kurzweilig gemacht. Ich nenne euch mal ein paar meine Negativ-Highlights. Laut Imps-Recherchen soll Disney seine Disneyland-Park-Mitarbeiter nicht wirklich gut behandeln. So haben erst vor zwei Jahren 25.000 Mitarbeiter Disney wegen zu niedriger Löhne verklagt. Denn selbst jahrelange Park-Mitarbeiter bekämen nur etwas mehr als Mindestlohn, was in Kalifornien eben kaum reicht, um sich überhaupt genügend Essen oder ein eigenes Dach über dem Kopf zu finanzieren. So haben in einer Umfrage von 2018 11% der etwa 5.000 befragten Disneyland-Mitarbeiter angegeben, dass sie in den letzten zwei Jahren Obdachlosigkeit erlebt hatten, während sie für das Disneyland arbeiteten. Inflationsbereinigt sind die Löhne sogar seit dem Jahr 2000 gesunken. Und das während Disney selbst dicke Gewinne eingefahren hat. Aber hey, immerhin dürfen Disney-Mitarbeiter seit 2001 ihre eigenen Unterhosen und Unterziehsachen unter dem Kostüm tragen. Das war vorher nämlich nicht so. Und auch Sweatshops in Asien für die Herstellung dieser unzähligen Disney-Merch-Artikel sind immer wieder in der Kritik. Von angeblicher Kinderarbeit über massive Überstunden, niedrigste Löhne und sogar einem Selbstmord in einer der Fabriken wird da alles diskutiert. Und ich könnte euch jetzt noch über die komischen Umstände erzählen, unter denen die Realverfilmung Mulan in China gedreht wurde. Oder wie vor einigen Jahren Disney-Mitarbeiter geklagt haben, weil sie laut eigenen Angaben sukzessive durch massiv günstigere ausländische Mitarbeiter mit H1B-Visa ausgetauscht wurden. Stichwort Lohndumping etc. Aber guckt euch dazu bitte, wie gesagt, das Video von Imp an. Da gibt es noch mehr Fälle, wo einem einfach nur der Mund offen stehen bleibt. So, und wenn ihr bis hierhin drangeblieben seid, dann seid ihr vermutlich richtige Film-Enthusiasten. Und ich kann euch noch ganz kurz ein Projekt in eigener Sache vorstellen, was ich in den letzten Wochen mit einem Kollegen gestartet habe. Ich habe nämlich, auch wenn wir gerade über Peter Dinklage geredet haben, noch nie in meinem Leben Game of Thrones geschaut. Mache das jetzt aber das erste Mal und diskutiere immer, wenn ich zwei Folgen geschaut habe, in unserem gemeinsamen Podcast, der das erste Mal in Westeros heißt, mit Tim, meinem Kollegen, über genau diese Folgen. Und dabei kommen echt sehr lustige Gespräche und interessante Plot-Vorhersagen rum. Also, wenn euch das interessiert, den Podcast gibt es eigentlich ja auf jeder großen Plattform und überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten schreibt mir jetzt gerne noch eure Meinung in die Kommentare. Schaut bei Motatos vorbei, wenn ihr beim nächsten Lebensmitteleinkauf ein bisschen was sparen wollt. Abonniert diesen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal.